Hallihallo und herzlich willkommen, lieber Löwe, zum Tagesgruppe mit Ella. Wir sind jetzt schon in der zweiten Woche April angekommen und zwar ist das der 9. bis 15. April 2018. Wir schauen mal, was die Karten an Energien mitbringen, was wichtig für dich ist, was relevant ist, worauf du achten solltest und du nimmst dir mit, was du gebrauchen kannst, was dir weiterhilft. Und ja, schauen wir mal, wie die Energien wirken und was letztendlich dabei rauskommt. Gerne auch Kommentare, Fragen, wenn ihr irgendwas missen möchtet. Wir gucken mal. Die erste Karte, wie du über dich denkst. Die zweite Karte, was du dir wünschst. Die dritte Karte sind die Hoffnungen und Ängste für diese Woche. Dann haben wir, das ist gut für dich, das ist nicht gut für dich und der mögliche Ausgang. So, ich mische noch eine Orakelkarte, die möchte raus und die sagt, strebe nach mehr. Erhöhe deine Maßstäbe und erwarte dir mehr. Gib dich nicht zufrieden. Okay? Ja, dann schauen wir doch mal, wie es dir so geht. Die Welt. Du kannst alles machen. Es ist ein Neubeginn, ein Neustart. Ja, und ja, sehr positiver Beginn und sehr tolles Gefühl für diese Woche und strebe nach mehr beim Neubeginn. Sehr schön. Was ist denn dein Wunsch? Liebe. Natürlich. Liebe. Ja, gucken wir mal, was die anderen Karten sagen, wie das in dieser Woche aussieht. Dann haben wir als dritten Punkt deine Hoffnungen und Ängste. Zehn der Münzen. Sicherheit, Stabilität und Finanzen. Das möchtest du. Klar, wer möchte das nicht? Dann haben wir, das ist gut für dich. Die Neun der Schwerter. Die Neun der Schwerter ist ja so ein bisschen sich die Nacht um die Ohren schlagen und sich Gedanken machen. Aber es ist in der Position gut für dich. Das heißt jetzt nicht, dass du dir die Nacht um die Ohren schlagen sollst, aber du sollst dir Gedanken machen. Ja, wie du das, was du dir wünschst, was du anstrebst, in die Tat umsetzen kannst. Planung ist wichtig. Ja? Also ich denke mal, dass du da vielleicht auch den einen oder anderen ins Boot holst, um diese Planung umzusetzen. Jetzt gucken wir mal, was nicht gut ist für dich. Sieben der Stiebe. Du bist wieder oder immer noch im Verteidigungsmodus. Und wenn du im Verteidigungsmodus bist, ist es schwierig, einen Konsens zu finden, beruflich wie privat und auch zusammenzuarbeiten. Ja? Und das ist eben diese Woche auch nicht gut. Das hat mir letzte Woche, glaube ich, auch. Der mögliche Ausgang? Gericht. Also, irgendetwas wird entschieden. Da geht es auch wieder um Balance, um die Dinge ins Gleichgewicht zu bringen oder Ungerechtigkeiten auszuräumen. Wir gucken mal. Die Welt für den Löwen. Zweite Woche April. Und wir haben wieder die Fünf der Stäbe. Du wärst dich momentan wahrscheinlich ein bisschen gegen das, was neu ist. Ja? Versuche es dir erstmal neutral zu betrachten. Bevor du direkt in den Angriffsmodus oder in den, ja, ich sag mal, Wettbewerbsmodus gehst. Ja? Cooldown, lieber Löwe. Schau's dir an. Und du wünschst dir natürlich Liebe. Aber da fühlt sich jemand außen vor. Fünf der Münzen bedeutet, da steht jemand im Regen draußen. Bist du das oder hast du jemanden im Regen stehen gelassen? Das ist hier die Frage. Weil du wünschst dir ja Liebe und es könnte sein, dass dich jemand hat abletzen lassen und du dich jetzt ein bisschen einsam fühlst und vielleicht auch deshalb hier so den Verteidigungsmodus hast. Was können wir tun? Königin der Schwerter. Klare Ansage. Wahrheit. Ja? Vielleicht gehst du auf den oder die noch mal zu. Ganz liebevoll. Und nicht barsch, wie das sonst die Schwerter tun. Und redest. Sprichst mit ihm oder ihr. Und dann natürlich Wahrheit. Klar. Vielleicht lässt sich da was machen. Weil wenn es schon in deinen Wünschen steht und, ja, kannst du das ermöglichen, weil die Welt ist ja da. Ein Neuanfang. Vielleicht ist das möglich. Dann haben wir Hoffnung und Ängste. Die Zehn der Münzen. Und da haben wir den Hierophanten. Das ist eine Institution. Vielleicht. Oder es geht um Tradition. Eine Ehe. Was auch immer. Da müssen wir noch mal näher ran. Kann auch sein, es geht um Glaube. Der Glaube an dich. Ja. Du musst stetig und konzentriert daran arbeiten mit dem Ritter der Münzen. Ja. Von heute auf morgen wird das nicht funktionieren. Aber wenn du an dich glaubst und die nötige Arbeit hineinsteckst und natürlich Geduld hast, kannst du das erlangen. Ja. Dazu machst du dir wahrscheinlich hier Gedanken. Aber du hast auch ein Angebot in diesem Bereich abgelehnt. Vier der Kelche bedeutet, ein gefühlvolles Angebot wurde abgelehnt. Und vielleicht machst du dir darüber Gedanken. Aber es ist ja gut für dich, dass du dir Gedanken machst. Aber gucken wir mal. Du hast ja da eine Bürde aufgehalst, indem du etwas abgelehnt hast. Und das macht dir Kopfzerleuchten. Okay. Du kannst auch da wieder ein Neubeginn starten, indem du auf denjenigen oder diejenige zugehst, darüber sprichst und bei der Wahrheit bleibst. Ja. Und wenn du nach mehr strebst, musst du auch mehr tun. Ja. Wir haben dich wieder, was nicht gut für dich ist, im Verteidigungsmodus. Und da haben wir auch das Gericht. Das, was du vielleicht machst, dass du dich so ein bisschen wehrst gegen alles, sorgt dafür, dass du nicht vorwärtskommst. Weil du natürlich mit der Gegenwehr beschäftigt bist, anstatt dich um die Projekte und Dinge zu kümmern, die eigentlich zählen. Und das kann dir das Genick brechen. Zehn der Schwerter. Also passt bitte auf. Ja. Entweder hast du jemanden Hintergang oder du wurdest Hintergang. Und deswegen bist du im Verteidigungsmodus. Je nachdem, wie die Geschichte, an welcher Seite die Geschichte erzählt wird oder wie sie tatsächlich passiert ist. Jetzt haben wir als Ausgang das Gericht und wir haben das Rad des Schicksals. Also die Entscheidung fällt zu deinen Gunsten aus. Jetzt möchte ich aber mal wissen, warum du hier immer den Verteidigungsmodus drin hast. Was die neuen Dinge anbetrifft. Vielleicht hast du ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Eben hierdurch und hierdurch. Aber du willst ja mehr erreichen. Du hast in der Liebe jemanden außen vor gelassen oder wurdest selbst außen vor gelassen. Da kannst du einen Neuversuch starten, weil du die Welt im Hintergrund hast. Wenn du dich nicht zu sehr dagegen wärst und offen genug bist dafür, dann haben wir hier in den Hoffnungen und Ängsten, du möchtest viel Geld verdienen. Dann brauchst du den Glauben und natürlich die Skills oder die Arbeit, die du dafür leistest. Dann haben wir Gedanken und die Gedanken betreffen ein Angebot und eine Würde. Also Dinge, die auf dich zugekommen sind schon, mit denen du kämpfst oder mit denen du gegeneinander vielleicht auch abwägst. Und nicht gut für dich ist wieder dein Verteidigungsmodus, der wahrscheinlich daher rührt, dass dir jemand in den Rücken gefallen ist. Aber Ausgang in dieser Woche ist, dass das Rateschicksal sich zu deinen Gunsten dreht. Ja, also du hast in dieser Woche die Möglichkeit, Dinge klarzustellen, Hürden aus dem Weg zu schaffen und die Basis für eine finanzielle Neuorientierung oder Verbesserung zu sorgen. Du musst halt nur deinen Widerstand vielleicht auch gegen Hilfe, Unterstützung und so aufgeben. Da darf man nicht zu stolz sein, wenn man was erreichen will. Und du hast zwar jetzt nicht die Teamplayer-Karte, aber du kannst die Gelegenheit nutzen, mit den Leuten, die dir zur Seite stehen, Kollegen, Freunde, Bekannte, das in die Hand zu nehmen. Ja, weil diese Woche ist günstig dafür. Ja, lieber Löwe, ich hoffe, du kannst was damit anfangen, kannst das umsetzen, kannst auch deine Wünsche dann langfristig erfüllen. Und ich sag mal, solche Sachen auch vergessen. Ja, weil das laugt einen auch aus. Auch dieser Widerstand ständig könnte dich auslaugen. Deswegen gucken wir mal nächste Woche, was dabei rauskommt. Ich freue mich schon drauf und bin ganz neugierig. Du wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall wünsche ich dir eine tolle Woche. Wenn es dir gefallen hat, bitte Daumen hoch. Und dann, wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich und tschüss.